Was geht mal den Freunde? Euer LittleRabbit ist hier wieder am Start zu einer neuen Folge Spongebob Schwankhoff The Cosmic Shake. Das letzte Mal haben wir hier bei diesem Theaterstück aufgehört, das anscheinend irgendwie kaputt sein soll. Und das wollen wir jetzt reparieren. Deswegen, dann tun wir das mal. Wir haben da drüben eine Abbildung, so soll es aussehen. Irgendwie. Das heißt, ah jetzt kann ich den auch bewegen. Das muss da hin. Das kann ich nicht. Irgendwie so, aber... Irgendwie so, aber... Okay. Ah. Vielleicht passt das auch. Sehr nice. Danke, Quagatschädel. Und jetzt mach dich mit deinem schwebenden Kumpel auf die Flossen, bevor das Publikum kommt. Mit diesem lustigen Ballon kann man keine Gruselshow veranstalten. Kein Problem, Sandy. Wir gehen noch mal weiter. Oh, du siehst hier diese Qualionen von Schleim an, Patrick. Gary muss enorme Angst haben, das arme Ding. Vielleicht ist das nicht alles Gerys Schleim. Vielleicht hat der Sport eine ganze rote Schnecken gefangen. Nun, der süße Schneckchen ist Gefahr. Oh, hoffentlich nicht. Ich wünschte ja, dass Gary ein Webmonster ist. Oh, was da? Oh, das ist Schleim. Wow, bist du noch gut zu einem ganzen Museum? Gary ist so belesen. Alter. Die Steuerung geht ja mal gar nicht. Alter. Die Steuerung ist eine Katastrophe. Ich habe Schleim. Jungs, was ist da los? Oh, shit. Die einzelnen Kisten hier, die hole ich mir jetzt nicht. Da dauert man jetzt nochmal. Das ist Zeit für Schöne. Das habe ich nicht gesehen. Ich kann mein Haus von hier aus sehen! Oh, Haken und Schneiden, das ist ein anderer Steuern! Ah ja! Sehr schön. Oh, Alter! Also ich glaub gar nicht, wie scheiße diese Steuerung ist. Ah ja. Ich glaube nicht, dass diese Busfahrer jeweils ihren Führerschein gemacht haben. Hä? Was soll das denn jetzt? Sehr schön! Gut, keine im Museum. Oh. 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 Boah, wo du mich habst, ist nicht persönlich. Alter, ziemlich fast gekillt. Ach scheiße, jetzt hab ich schon abgerissen. Oh, hat noch gereicht. Ach, da ging ne Tür auf. Siehst du, all diese Schnecken hat das Monster entführt. Da, es ist Gary. Wie retten wir Gary, ohne dass die Monster Schnecke uns sieht? Gary ist die Monster Schnecke. Sie werden so schnell groß, oder? Diese riesigen Schokomengen führten zu einem Zucker raus. So könnt ihr ihn nicht mitnehmen. Erst müssen wir ihn vom Zuckernachschub abschneiden. Schon dabei, Kumpel. Alter. Ja. 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 Ah, wie war es da? Genau. Alter, ich glaube ein bisschen konzentrieren Tatsächlich gerade nicht so easy Alter, ich glaube ein bisschen Okay. Okay. Klammer. Spookbob. Oh shit. Bevor wir alle unter Trümmern enden. Aber Gary ist noch riesig. Keine Sorge. Er wird bestimmt wieder ganz normal, wenn wir zurück zu Hause sind. Ich hoffe, du hast recht, Patrick. Ich hab doch noch nie falsch gelegen. Gary die Riesenschnecke. Mit der Kron aufm Kopf. Hat auch was. Haben wir auch nicht alle Tage. Ich glaube, ich liege ausnahmsweise mal falsch. Okay, jetzt haben wir neue Wege. Da ist auch Patrick Sandstein jetzt. Aber Gary ist immer noch riesig. Wie geht die zu Patricks Haus? Das ist die Bootsverschule. Was denn da oben? Das ist wie in der Seite. Manchmal, manchmal glaube ich, gesteuert zu werden. Wow. Ich weiß, dass alles wieder so wird, wie es war. Aber in dieser Stadt heißt das nicht mehr. Patricks Haus. Na toll. Jetzt ist mein Stein voller Schneckenschleim. Ich habe ihn doch erst beim Einzug sauber gemacht. Ich weiß, wie schwierig die Lage ist. Aber könntest du bitte nicht so jammern? Ich versuche mich zu konzentrieren. Das war pures Glück. Apropos. Gute Neuigkeiten. Ich habe euren Tentakel-Freund gefunden. Bring mir einfach mehr Gelee und mit deinem neuen kosmischen Kostüm gelangst du zu ihm. Ich denke, ich bleibe hier und schlafe unter meinem Stein. Sorry, Patrick. Ballons und schwere Steine sind keine gute Kombination. Außerdem müssen wir Thaddeus retten. Gut, aber wenn wir ihn finden, schuldet er mir ein Nickerchen. Ich sehe aus wie jemand aus der Steinzeit. Ihr schraubtet doch einen Stein mit! So, aber da wir jetzt auch nicht mehr so viel Aufnahmezeit haben, machen wir jetzt mal eine von diesen Flacken hier. Was ist das eigentlich? Was Ihr? Was ist das? Was ist das? Was ist das oder? Was hast du dich? Sponjka Gute Haftnotizen machen tun Ha, das war fast ein Satz Okay, ich hab ne Haftnotiz gekriegt Was auch immer die kann So, jetzt gehören wir mal zu der älteren Dame hier Ich weiß, ich sollte eigentlich drinnen bei unseren älteren Bewohnern sein Aber sie haben diesen neuen Radiosender entdeckt und drehen völlig durch Nichts bringt sie zur Ruhe Eigentlich habe ich für solche Notfälle immer Glückskekse dabei Das wohlklingende Knirschen ist so beruhigend Aber leider sind die Kekse inmitten des Chaos der Stadt verschwunden Ach, Kretrich schlafen wir auf Komm Patrick, wir finden diese hellsierischen Kekse Achso, die sagt jetzt nur, wie sollen die Kekse finden oder wie Kann man irgendwie das nicht sonst hier noch Kann man irgendwie das nicht sonst hier noch Ein schöner Tag im Bikini Bottom Achso, die sind Achso, die sind Aua Achso, die sind Achso, die sind Hier waren wir auch noch nicht Oh, noch mehr Gelee Alter, du hast ne riesen Statue Ich will eine damnedpackedin sein Ich will eine милли versehen sein Ich will eine Komm ich控one rein Nee, kann man nicht schauen Tschüss und klinge Hier ist doch Mr. Krabs ein Anker. Das sieht aus irgendwie von König Neptun. Darum glänzt irgendwas. Kein Plan, wie ich da hinkomme. So, was brauchen wir noch? Natürlich, Jungchen. Und bevor wir aus der anderen Welt zurückkamen, war sie noch da. Spongebob, diese Pennys sind mehr wert als dein Leben. Bitte bring sie zurück nach Hause, Minion. Jawohl, Mr. Krabs, Sir. Danke, Kleiner. Du bist der beste Mitarbeiter, den sich eine Krabbe wünschen kann. Sagt Tadeus, er soll sich ein Beispiel nehmen. Hey, Kicherkumpels. Hört mir genau zu, ihr beiden. Ich konnte Fleckchens Spuren ausfindig machen, aber sie sind überall verstreut und führen zu all diesen Portalen. Wow, Fleckchen hat es echt weit gebracht. Ihr sollt zuhören. Ihr müsst ihn in all den Welten suchen, in die ihr reist. Ihr seid die einzigen, die ihn zurückbringen können. Keine Sorge, Plankton. Wir werden nicht ruhen, bis er wieder zu Hause ist. Gut. Und jetzt verschwindet. Fleckchen, wer war denn Fleckchen? Fleckchen kenne ich ja gar nicht. Also da habe ich nicht mal einen Anhaltspunkt, wer das sein könnte. Viel besser. Süß und krägler. So, Süß, dann haben wir wieder volle Hunderhosen. Das können wir noch nicht machen. Und das. Rot und glänzend. Das machen wir jetzt. Drei von neun. Sehr schön. Siehste, so können wir die Zeit auch mal ein bisschen überbrücken. Lernen wir mal ein bisschen Bikini Bottom kennen. Hier waren wir auch noch nicht. Das hatten wir auch mal gescheitert. Ein kleiner Klapp streicht schon. Dann müssen wir aber... Ach. Da oben drauf. Was ist das? Ist das ein Tresor? Ich glaube tatsächlich. Aber... Ich befürchte, was das war nicht richtig. Weil wie soll ich wiederhelfen? Hä? Ich kann hier oben drauf und hier ist nichts. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich mag Bikini Bottom. Da oben muss ich auf jeden Fall nochmal drauf. Aber wie? Ne, da waren wir noch nicht. Da möchte ich ja noch nicht hin. Ach, da ist das Portal, wo wir rein müssen. Da ist noch Gary. Wir gucken mal, ob wir da angekommen. Ach, man kann das nochmal machen. Ja, komm. Machen wir das nochmal. Ja, ich kann das nochmal machen. Es ist schon Es ist schon Ich bin der Bestes Allmutter der Welt Sorry, Leute so hungrig brache essen und aufmerksamkeit als ich wieder zu hause war habe ich als freude dreck gegessen gebe ich gern zu war gar nicht schlecht wie kommen wir da nicht hin zumindest nicht so wie ich mir das vorstelle aber da oben ist irgendwas ich kann das aber halt auch nicht erkennen was das ist schade oder gut darüber vielleicht wieder hoch aber hier ist nichts mehr zum hochziehen ist nicht so einfach mal in der neue karre an die hilft mir wenn ich mein holzbein aus tun muss überhaupt nicht einfach hast du da war das mit den piraten gut lassen wir die piraten piraten sein könnt mal in freunde dann würde ich sagen wir werden das video ab hier für euch geht es dann beim nächsten mal weiter wenn es wieder heißt sponsor schwanker und dann in einer neuen welt nämlich stein zeitalter denke ich mal weil sonst hätten wir das koste mir ja nicht und ja je nachdem wann ihr schaut wünsche ich euch einen schönen morgen mittag oder abend und euer little revets auch vielen dank fürs zuschauen und haut da rein